Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play together Minecraft Adventure Maps Hypixel Eurobinds Mansion Dingens Ich glaub damit haben wir nun alles zusammengefasst Ja wir haben gerade die Hexe besiegt und also ich hab nicht den André sie besiegt weil Toms Pfeile abgeprallt sind Aber er hat die Hexe abgelenkt, das ist auch ganz gut Wir haben gerade ein bisschen Scheiße gebaut und ich hab Toms Helm kaputt gemacht Und da wir zu André keine Verbindung kriegen, machen wir jetzt erstmal alleine weiter bis er wieder kommt So Benetta! Benetta! Mein liebes Freund! Wow, der hat eine Hexe als Freundin Okay, das sagt schon viel aus Hypixel, Hypixel, du Streuch Ah, André ist wieder da Ach Mensch, gar nicht Du Streuch, du Was war denn los? Internet abgeschmitten Na, wir haben gerade wieder angefangen, also nicht wundern, ne? Achso Wir haben gerade gedacht, du konntest nicht mal wieder, deswegen haben wir jetzt aber weiter gemacht Ach 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 Typ Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Oh egal, machen wir weiter Und hat irgendeinem Weore Wir haben nicht besonderes gemacht, wir haben Eigentlich Na ja, ich hab die Hexe besiegt wie immer Ach Da ist ein Zombies fourteen Und ich brauch' hier Hilfe. Au, au! Sorry. Ja, und jetzt haben wir auch schon die Discs reingepackt. Hey, ein Diaschwert. Ich hab' noch einen. Wo seid ihr? Äh, einmal den Gang runter. Ich muss dagegen, äh, Zombies kämpfen. Feuer! Wieso? Ehrlich? Ich hätte dich ab... Aha! Nein, 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 nein! Was ist? Oh! Hahaha! Unser Lieblingsgegner! Hey, Tom, kannst du, äh, wenn du brennst, den Nahkraft angreifen, dass er auch brennt? Das geht ja bei Zombies. Ach so, warte, äh, wenn ich brenne? Ja, ob du ihn da in den Brand stecken kannst. Wo ist denn von? Dein Helm ist kaputt, André. Äh, ich brauch' mal eben Essen, dann könnt ihr euch das auch probieren. Und ein Schwert. Nein! Nein! Ich hab' neben mir geschlagen hab'. Äh, äh... Schwert und... Ne, da hinten liegen Sachen rum. Jetzt haf' ich. Gib mir der Steinschwert. Den kann ich jetzt einmal ausprobieren. Ach so, du bist gestorben. Hier, äh, da. Ach ne, ja. Okay. Okay. Wohin? Natürlich zurück in den Kampf. Zurück in den Kampf. Zurück in den Kampf. Ich stell' dir vor, wir würden das alleine aufnehmen. Also jeder für sich. Ja, das wär krass. Oder die Gegner werden schwächer. Weiß man ja nicht, oder? Ne, ich glaub' nicht, dass er... Boah. Alter, wir spielen auch normal. Ja. Okay, ich probier's mal. Äh... Äh... Ich hab' Angst! Nein! Nein, es funktioniert nicht. Schade. Warum geht das? Ja, er ist tot! Und ich hab' mir die Schuhe genommen. Ne, die Hose. Doch, Schuhe! Oh, ich hab' wieder Schuhe, endlich. Oh, ich hab' keine Schuhe mehr. Ach so, du hast keinen gehabt. Nö. Ach so, ja gut, dann. Ähm... Keine Truhe? Ich weiß jetzt nicht, was wir machen mussten. Guckt mal lieber in den... Öfen, vielleicht fand ich was hat's um sein. Ne, ist nicht. Ich weiß nicht mehr, was wir machen mussten jetzt. Ich glaub' ich muss noch mal nach oben. Vielleicht in die Gegengesetz-Richtung? Ach, warte, wenn wir nach oben gehen, war auch auf der einen Seite diese... äh... diese komischen Gänge, ne? Gänge waren da. Ja, ich würde sagen, wir gehen nicht da lang, weil... äh... was soll man sonst machen? Wo denn? Wo was? Hier? Ah, da? Okay. Wir haben übrigens schon fast 40 Minuten aufgenommen, bevor du... äh... ein Foto abgekackt bis André. Das waren 27 Gigabyte. Äh... Außerdem, äh... ich hab' gerade erfahren, ich muss auch gleich noch weg. Wohin? Hm? Hm? Wollen wir schon hin? In 20 Minuten muss ich werden. Wohin? Schreibt uns. Wohin muss er? Wohin, hier ist ne Sackgasse? Sackgängig Vaterlands Verräter. Ah, ich glaub' hier. Ich hab' das sieht gut aus. Ach guck mal, ich hab' eine schöne Ausricht. Die Welle hat sich noch nicht komplett geladen, aber scheiß drauf. Ja. Wohin. Der war grad wieder ein Zombie-Figment, oder? Ja. Ich glaub' aber, der ist oben. Kann das... Kann das nicht einfach nur ein Schwein sein? Ja, wenn ein Schwein so klingen würde, wär's auch nicht grad sehr viel besser. Wieso, wenn man... äh... wenn man schlägt... äh... schlägt... Äh, der Stand... Warning Spider. Warte, hier oben ist ja gleich der nächste Boss, ne? Hä? Was ist das? Sag' mal! Ach so. Ja, hier ist gleich das sind scheiße. Hier oben ist gleich der nächste Boss, was du Bescheid weißt. Hey, geht das? Was macht ihr denn für den ganzen Tag das? Ja. Ich hab' schon recht gekommen. You can use your reason to cut Spider-Web. Ähm... Wollt ihr da noch aufgucken, oder soll ich schon immer auf Bossfight drücken? Ich bin noch gar nicht da! Tust trotzdem noch schon jetzt auch hier. Warte, warte, noch nicht drücken. Ich will, ähm... Ich will auch gucken in den Drohnen. Jetzt glaub' mir nichts, ey. Das ist unfair. Da war nicht noch was drin. Da ist gerade der Richtige, ne? Wieso? Der immer lootert hier. Tue ich doch gar nicht. Wer hat denn hier die Dioristung? Kommst du jetzt hier hoch? Tom? Was? Kommst du jetzt? Ja, ich muss die ganze Strecke wieder hochlaufen. Ja, die Truen sind alle, oder was? Warte! Oh, Manu! So, ich konnte den Kopf abbauen. So. Ey, was? Äh... Oh nein! Super! Ich spawne und werde sofort ins Spinnnetz gehauen. Ich glaub' das hier ist übrigens die Mutti-Spinne. Also die große da, die da... Ja, hinter dir? Ja, die fette hier. Die olle Oma. Nein! Und was finde ich hier lang? Himi, die sagt, dass wir stinken. Go to die. Oh, ich finde die ist auch ein relativ angenehmer Boss, wenn man sie erstmal hat. Da. Hey. Die Tobi-Fack, was machen wir uns schon mehr? Loll, ich bin trocken nur ein Schuss, dann hab' ich die tot. Jetzt kommen wir die kleinen Spinnen. My level fun is coming for you, think. In a moment. Hm. Das ist ja schon. Wo bin ich? Ich bin hier hier. Das ist glaub' ich, oder? Ja, Harry. Wo ist das der Fall? Hier hinten. Ich glaube hier hinten irgendwo, wo Tom grad hinrennt. Hier. Er ist auch gleich tot. Und jetzt noch hoch da. Ja, hier. Hier ist es. Da. Zack. Na gut, dann mach' mal Platz. Wie das aussieht. Mach' mal Platz. Unger, Unger, Unger. Alter Leute. So. Ich hab's bekommen. Geil. Oder hast du auch was bekommen, André? Nee. Äh, nicht da nicht wüsst du. Hast du nur noch irgendwas, die Ermandenrüstung mächtiges? Nee. Nicht, glaub' ich. Ich geh' schon mal weiter, ne? Verdammt. Hey, wait on me. Ich geh' baden. Ich geh' baden. Ah, schön. Ah! Alter, kann ich bei Ruhe baden hier? Ah, schön. Blitz kommt jetzt auch wie so. Ah, was mit Hebeln. Hebeln tut gerne gerne gerne. Hebeln tut gerne 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 gerne. Zombie-Manno. Will ich bahnen, kommt halt so'n Scheiß-Zombie an. Muss man hier in Kombinationen herausfinden? Nee, muss man nicht. Wir müssen weiter zum nächsten. Öffne dich irgendwas. Alter! Ich wurde euch die Tür durch erschlagen. Ach, du bist hier. Oh, da. Ja. So, ich hab' gar nicht aufgeöffnet. Der Pfeil ist da reingegangen und dann ist irgendwie geöffnet schon. Ja, du schießt da auch mit Rechtskrieg schon. Wahrscheinlich hast du darauf an, wie... Ich war auch gar nicht so nach vorne. Alter, du siehst aus wie so ein Zombie. Ja, wie du, André, du musst die gezogen wie auch weiterkehlen, weil sonst kann ich jetzt... Boah! Boah! Ich kann wir ja nicht kämpfen. Ich guck mal, ich loote mal eben die Truhen, ne? Dankeschön. Sehr nett. Gern geschehen. Ist ja so, dass wir Leute hier von der Fernkampf irgendwie auch mal Unterschätzung brauchen. Und so hab' ich den Diamantschwert gegeben, hä? Ich hab' gar kein Diamantschwert. Doch, doch. Nein. Enderman, Zombies, alles Höse! Mano! Doch, ich soll! Oh, super, 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 super! Steinschwert! Oh, yay! Oh, yay! Ich kann hier noch so... Abwurzeln, Diamantschwert geben. Ah! 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 Hinter dir! Hinter dir! Was? Ihr seid doch zwei Heppys! Ihr schafft doch... Ich schenke! Ey, das war's, nein! Wie so ein bärtiges Skelett! Au! 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 Sowieso kann ich dazu schlagen! Hey, cool, ne? Ja! Ich nutze einfach mal Andrea als Schutzschild! Au! Au! Oh, endlich! Da drüben sind noch ein paar Gegner, ne? Wo? Die brauchen alle noch ein Schuss! Ja, ich hab schon alle zu essen! Au! Hast du mich dann abgeschossen? Ich? Ja! Ich will doch sowas nicht tun! Nein! Du musst mich doch erst mal finden! Hier nix! Auch nix! Ehm, das ist nix! Ehm, das ist nix! Hallo? Ja, was ist? Ja, was ist? Wo seid ihr? Ach so, ihr ist weg! Yay! Du wirst ein Enderman! Ja, ich hör's! Hier geht's runter, Leute! Hier! Uh! Hier sind noch Zombies! Hier! Runter! Oh! Oh! Ich glaub das kennen wir schon! Ja! 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 lá! Ja! Ich hab den sättigung! Na ja! Oh ne! Ich hab noch einen Lebenspunkt! Aber, wie der Skannett an mich vorbeioin! Alter! Etwas hatこと Summit hat Ahnung... Ich hab auch nur drin! Ja! Macht euch beide bedingen! Du ... ... instructions bekommen! Und DIKT лучше ist! Wo Republicans sind los! Doch! das ist schon wieder oder nein das ist ja nicht da steht nicht dahinter ein glück ja schon wieder so ein silo zombie ja die mit dieser skelettmaske ist noch voll die silo nein da ist er nein nein hilfe wo seid ihr wo seid ihr wo seid ihr sollt mir nicht besser aus nicht folgen hier rein hier rein so hier wollte ich reingehen in der truhe ist nichts verfolgt weiß große truhe schon wieder da ist auch immer zu lieben hier laufen sklette als wache rum du weißt dass er und somit mann ist die wollen immer noch immer noch nicht angreifen wieviel schuss brauche ich noch mal es wird langsam immer mehr schüsse ah nein wir müssen ein paar fallen aber ich hab mal welche äh leute ich muss doch mal weg also entweder ich spiele jetzt weiter oder macht aus und macht nächstes mal mit mir weiter mal komm jetzt kommen wir jetzt noch Pause machen für das erste Jo da gehen wir uns alle in einen Raum wo kein Bett steht au nein 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 der Zombie Pigman rennt ha scheiße scheiße ich bin hier nicht mehr oh 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 ich bin der Beste von uns Alter super wir wollen gerade Schlusswort und Zombie Pigman ich bin hier nicht ich bin hier nicht ich bin ich überlebe kein Schlag mehr so steht noch Tom und dann sind wir alle hier dann machen wir hier weiter Tom muss ich hier sterben? aber ich überleg das gerade so schön Tom oh mein Gott zwei Tom die Küchen sind da hierher komm hier hoch schnell ich hab die ganze Zeit den Kreis oh geht weg geht weg geht weg oh oh ah hat sie abgehängt hat sie abgehängt so wo wo seid ihr? oben bei der Spinne okay ach hier okay also im Teil ich bin dafür dass wir das ausmachen also Leute das war die Tom okay ah ja okay also das war's das war's jetzt mal komm meine Wüstung ist gut weg das war jetzt erstmal mit der Map bis zum nächsten Mal Leute tschüss Ich muss ihn noch erschießen. Von oben. Herr George. Ich krieg ab, ich bin jetzt. Ah, erwischt. Okay, tschüss. Ciao. Tom. Ciao.